Wollen Sie ein Gedicht? Sagen Sie mir irgendein Thema. Ich schabe Ihnen in zwei Minuten ein Gedicht. Wollen Sie ein Gedicht? Sagen Sie mir irgendein Thema. Hör doch auf mit dem Unsinn, hör auf damit. Mir machst du nichts vor, ich weiß, dass du mich hörst. Wir sind doch schon verwest. Andere Menschen werden kommen. Sie werden kommen. Sie werden es vielleicht besser machen. Siehst du? Die Leier. Das Sternbild des Orpheus. Wäre es nicht schön, wir könnten so wie er die Steine zum Beinen bringen und die Götter zur Vergebung. Töne, dann ist es noch etwas, hast du dir in ein absorber. Es ist ein Gedicht. aber es ist auch sehr, Pachin! Untertitelung im Auftrag des ZDF für funk, 2017 Oh!